Wir haben auch noch ein weiteres Gebetsanliegen, bevor wir ins Wort gehen. Es geht im Moment auch ziemlich durch die Medien und es gibt sicherlich den einen oder anderen von uns, der deswegen auch unruhig ist, aber ganz besonders auch viele Ukrainer sind unruhig, wenn es um ein bestimmtes Datum geht. Der 9. Mai ist morgen. Heute am 8. Mai haben die Deutschen kapituliert, 1945 im Zweiten Weltkrieg. Nachdem Hitler ein tausendjähriges Reich anfangen wollte, davon hat er immer gesprochen, hat sich gerne als Messias inszeniert, ihm ist es ergangen, wie allen falschen Christussen es in der Geschichte ergangen ist und wie es allen falschen Christussen in der Geschichte ergehen wird. Er ist untergegangen und er hat aber das ganze Land mit sich in den Abgrund gerissen und es kam zu dieser totalen Kapitulation am 8. Mai. Der 9. Mai, der Tag danach, ist über viele Jahrzehnte hinweg, ich weiß nicht, in der Sowjetunion, glaube ich, schon als Befreiungstag sozusagen gefeiert worden, zelebriert worden, immer auch gerne mit großen Militärparaden, um die eigene Stärke, die eigene Macht zu zeigen, wir haben es geschafft. Und Diktatoren sind so, Hitler war genauso. Er hat ein geschichtliches Datum sich genommen, um selber Geschichte zu schreiben. Das war der 9. November. Am 9. November 1918 gab es hier in Deutschland eine Revolution. Der Erste Weltkrieg wurde damit beendet, der Kaiser abgesetzt. Fünf Jahre später hat Hitler versucht, eine Revolution durchzuführen, um sich an die Macht zu hieven. Er hat sich genau dieses Datum ausgesucht, ganz bewusst. Nochmal 15 Jahre später hat er, beziehungsweise die Nazis haben, dieses Datum auch bewusst gewählt, um sozusagen auch einen Sturm, einen Volkssturm zu inszenieren. Das war die sogenannte Reichskristallnacht, das Pogrom an den Juden, das Verbrennen aller Synagogen in Deutschland, Zerstörung von Läden, Verhaftung von Juden. Ja, im Grunde die Judenverfolgung nochmal ein Stück sozusagen heftiger ist geworden an diesem Tag, dieser Nacht. Wie gesagt, Diktatoren sind Menschen, die sich selbst ermächtigen, die sich im Grunde zu einer Art Christus stilisieren. Für ihr Volk, für ihr Land. Und sie zeigen ihre sozusagen Machtvollkommenheit darin, dass sie geschichtliche Daten nehmen, um Dinge zu tun, um sich in einen bestimmten Kontext hineinzustellen. Sie meinen, dass sie Geschichte schreiben können. Es ist ganz interessant, wir Deutschen kennen den 9. November noch als ein anderes Datum. Nämlich 40 Jahre nachdem das Land endgültig geteilt wurde und zwei deutsche Staaten entstanden waren 1949, 40 Jahre später, zufällig, nicht geplant vom Regime, wurde die Grenze geöffnet am 9. November 1989. Auf das Gebet vieler Menschen hin, über viele Jahre, Jahrzehnte. Gott schreibt Geschichte, Geschwister. Gott schreibt die Geschichte, nicht Menschen. Und deswegen, wenn jetzt dieser Tag kommt morgen und manche haben viele Befürchtungen und Ängste, was wird passieren, was wird dort geschehen, was ist für diesen Tag geplant, was für Unheil, was für Schrecken wird über die Ukraine kommen. Gott ist im Regiment. Wir können ihn bitten, dass er die Dinge lenkt. Und selbst wenn schwere Dinge passieren, schwierige Dinge, wir kennen das aus dem Wort Gottes, wir kennen die Geschichte von, zum Beispiel von Josef, dem Sohn Jakobs. Er sagt am Ende seiner langen Leidensgeschichte, sagt er zu seinen Brüdern, wisst ihr, ihr habt es böse mit mir gemeint. Aber Gott hat es gut gemacht. Und das ist der Glaube, den wir haben in all dieser finsteren Zeit. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und das bedeutet nicht nur, dass es denen, die Gott lieben, immer irgendwie gut gehen wird. Nein, es geht ihnen schlecht. Sie gehen durch Leiden hindurch, wie Christus in dieser Welt durch Leiden hindurch gegangen ist. Aber am Ende wird dieses Leiden zu einem Ziel kommen, was zum Segen ist, nicht nur für den, der leidet, sondern darüber hinaus für viele andere. So wie es bei Josef gewesen ist. So lasst uns einfach auch, wir wollen jetzt einen kurzen Moment Zeit nehmen uns fürs Gebet, einfach für unsere Geschwister, für die Menschen in der Ukraine, für Menschen, die in Angst leben, auch in unserem Land. Und beten dafür, dass Gott zuerst uns, wo wir vielleicht selber am Zweifeln sind, wo wir selber vielleicht Angst haben, aber auch für andere erfüllt mit Glauben, mit Hoffnung, mit Gottes tiefen Frieden. Lass uns dafür kurz aufstehen und dafür beten. Wenn ihr betet, betet laut und kurz. Ja, stärke du uns alle miteinander, Jesus, und segne ganz besonders unsere Geschwister, die sehr persönlich betroffen sind von der Situation. Amen. Ja, während manche Menschen intensiv damit befasst sind, mit dem, was gerade in dieser Welt passiert, mit Leid und Elend, während sich Menschen auf Krieg vorbereiten, bereitet sich Gott und seine Gemeinde auf eine Hochzeit vor. Und das sind nicht Dinge, die sozusagen sich ausschließen, nein, während wir uns vorbereiten auf die Hochzeit im Himmel, das werden wir sehen, sind wir voll beschäftigt mit dem, was hier in dieser Welt passiert. Und deswegen lasst uns jetzt ins hohe Lied gehen, Kapitel 3. Die Verse, die wir letztes Mal schon gelesen haben, oder wo wir angefangen haben, wollen wir heute zu Ende betrachten. Dieses Lied in der zweiten Hälfte vom Kapitel 3, angefangen von Vers 6. Und da heißt es, Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, Rauchsäulengleich, umduftet von Mürre und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers. Siehe da, die Sänfte Salomos. Sechzig Helden sind rings um sie her von den Helden Israels. Sie alle sind Schwertträger, geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte gegen den Schrecken zur Nachtzeit. Kapitel 3, Vers 6 waren wir und jetzt bin ich in Vers 9. Einen Tragsessel machte sich der König Salomo aus Hölzern des Libanon. Seine Füße machte er aus Silber, seine Lehne aus Gold, seinen Sitz aus Rotem Purpur, das Inneres ausgelegt mit Ebenholz. Ihr Töchter Jerusalems kommt heraus und betrachtet doch, ihr Töchter Zions, den König Salomo in der Krone, mit der ihn seine Mutter gegrönt hat am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herzens. Wir haben letztes Mal den ersten Teil hauptsächlich betrachtet, wo es darum ging, dass zur Hochzeit die Braut abgeholt wird. Prächtig, herrlich, die Sänfte, die mit Duft, kostbarem Duft erfüllt wird und dann die Kriegshelden, die diese Sänfte beschützen. Jetzt sehen wir auf der anderen Seite König Salomo, der auf seinem Tragesessel getragen wird zur Hochzeit hin und da steht, dass er gekrönt ist. Es ist aber nicht die Krone, die er empfangen hat, als er König geworden ist. Denn die Krone, die er empfangen hat, die hat er von seiner Mutter empfangen, gekrönt am Tag seiner Hochzeit. Die ganze Zeremonie der Hochzeit, wir kennen das heutzutage auch, ist oft eine sehr festliche Angelegenheit. Hochzeiten sind oft ein Tag, eine Gelegenheit, wo wir in Schönheit schwelgen. Für alle Sinne, oder? was für's Auge, was für's Ohr, was, na, der Duft, aber auch vielleicht die Stoffe, die du anfassen kannst. Und dann natürlich das leckere Essen, was du schmeckst. Die Getränke, alles ist kostbar, alles ist schön, alles ist wunderbar. Ja, und das Brautpaar. Bräutigam und Braut, sie sind wie König und Königin. Na, es gibt ja einige Leute, die das lieben, wenn es nicht so viele Leute geben würde, die das lieben, würden, würden die das nicht so groß übertragen, diese royal, diese Königlichen Hochzeiten, ne, gibt's ja heute noch. Und Menschen in aller Welt gucken das, selbst wenn sie überzeugte Demokraten sind. Republikaner, die schauen sich das an und denken so, ho, ist das schön. und Braut und Bräutigam, wie gesagt, sind unglaublich kostbar, schmuckvoll, hergerichtet. So ist die Hochzeit immer auch eine Königshochzeit und wenn wir Hochzeiten feiern, wenn wir unsere Hochzeiten, die jungen Frauen hier in der Gemeinde, die vielleicht noch nicht verheiratet sind, vielleicht sind sie schon verlobt, vielleicht haben sie auch noch keinen, der sie ins Auge gefasst hat und träumen sich so ihren Märchenprinzen, ne, weil es wird ja ein König und man selber wird die Prinzessin, die Königin sein und so soll dann auch die Hochzeit aussehen, oder? Ist es nicht so, liebe junge Schwestern? Und das ist ganz natürlich, es ist was, ne, auf der einen Seite habe ich immer gesagt, sage ich euch auch immer noch, junge Leute, lasst euch nicht verführen von dem ganzen Konsumdruck, ne, Menschen nehmen heutzutage unermesslich viel Schulden auf in dieser Welt, also in Deutschland geht es noch, aber es hat die Tendenz auch mehr und mehr auch in Deutschland, dass es so ist, aber in anderen Ländern ist es extrem, in Indien weiß ich, es ist super extrem, dass Leute sich unfassbar hoch verschulden für eine solche Königshochzeit, ja, ähm, und du hast im Grunde mehr oder weniger die Pflicht dazu, das zu machen. Wir leben in einem freien Land, niemand muss das und bitte mach das nicht, wenn du die Kröten dafür nicht hast, dann lass das lieber. Dann kannst du auch eine ganz kleine, schnuckelige Hochzeit feiern und es kann trotzdem der Spirit der Königshochzeit da sein, der das Ganze herrlich macht und wir wissen, dass es nicht das Äußerliche ist, sondern dass es hier drin ist, was es herrlich macht. Das ist der Geist Gottes, das ist das, worin sich die Königshochzeit eigentlich erfüllt. Darüber wollen wir heute nachdenken, darüber wollen wir sprechen, über die prophetische Bedeutung der Königshochzeit, die sich erfüllt in der Hochzeit des Lammes. So ist unsere Hochzeit immer nur ein Bild, ein Symbol für das, was kommt. So wie Paulus gesagt hat, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das steht ja in 1. Mose 2 bei der Schöpfung von Mann und Frau. Paulus sagt, aber das ist ein großes Geheimnis und ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Ein prophetisches Bild, ein Lebensvollzug, ein ganz realer Lebensvollzug, den wir tagtäglich in unserem Leben erleben, also nicht jeder von uns tagtäglich, aber so global betrachtet, täglich heiraten, so und so viele Leute irgendwie auf dieser Erde, ständig passiert das, es ist ein Lebensvollzug, es ist ein Teil unseres Lebens, zumindest von vielen Menschen und dieser Lebensvollzug aber erdeutet, er bedeutet mehr als das, was er für den Einzelnen bedeutet. Obwohl die Hochzeit meistens schon wirklich ein sehr bedeutsamer Tag ist für einen Menschen, vielleicht sogar der wichtigste Tag in seinem Leben, so ist es nicht alles. Das werden wir heute sehen. Also, das erste, was wir hier wie gesagt sehen, es ist ein Schwelgen in all dieser Schönheit, in diesem Reichtum, all das, was die Welt so zu bieten hat, die Gott geschaffen hat, all das wird zelebriert in so einem riesigen Fest, so einem herrlichen Fest, gerade wenn ein König heiratet und dieser König ist ja nicht irgendein König, sondern das ist der König Israels, es ist der Sohn Davids, wenn du so willst, der Nachkomme Davids, der heiratet hier. Er ist schon König. Er ist schon König geworden, er ist schon der Gesalbte, er wurde zum König gesalbt, der Gesalbte ist der Messias, der Christus. Und jetzt wurde er nochmal besonders gekrönt, also wir kennen das immer von den, vielleicht von den Frauen, die dann so einen schönen Kranz aufkriegen oder so, man kann es auch mit Kranz übersetzen, hier hat der Mann auch einen Kranz oder eine Krone aufbekommen von seiner Mutter am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herzens, also das ist es, es ist eine Riesenfreude, ich kann mich noch erinnern an meine Hochzeit, dass ich mit meiner Frau aus dem Standesamt rauskam und wir standen da vor dieser Tür und dann waren da so ein paar nette Leute und die machten Hallo, Hallo, ist ja schön, dass ihr jetzt geheiratet habt und dann haben die Fotos gemacht und wir standen da und meine Frau, sie hatte einen schönen Blumenstrauß in der Hand und sie war so so happy, dass sie irgendwie total angespannt war und diesen Blumenstrauß so hoch gehalten hat wir hatten also uns so an die Hände gefasst und sie hatte die Hand so ich kann mich noch erinnern ich habe versucht wir müssen locker werden hier aber dieser ganze Tag und dann wir haben ja nicht nur einen Tag gefeiert wir haben es ja gut jüdisch mehrere Tage gehalten also zwei Tage dann direkt danach die Hochzeit hier in der Gemeinde und hinterher auf der IC Wiese gefeiert und ja und ich habe den ganzen Tag diese ganzen Tage die ganze Zeit immer nur gelächelt warum na weil ich glücklich war als schön war weil ich mich gefreut habe und dann hatte ich hier Muskelkater es tat weh irgendwann der Tag der Freude seines Herzens Freude Geschwister Hochzeit ist Freude und es gibt eine Hochzeit auf die wir zusteuern und da kann man schon Vorfreude haben bei allem Leid durch das wir hindurch gehen bei allem Schweren bei aller Not bei aller Dunkelheit bei aller bei allem Leiden und bei aller Ungerechtigkeit die wir sehen und die uns schmerzt es gibt eine Freude auf die wir zusteuern die wird so groß sein wie es nie eine Freude in deinem Leben gegeben hat wenn du dich in deinem Leben schon einmal gefreut hast wenn du dich vielleicht mehrmals gefreut hast und dich erinnerst vielleicht gab es mal eine Freude die so richtig groß war und das ist nichts im Vergleich zu der Freude auf die wir zugehen als die Kinder Gottes als Teil des Leibes Christi als die Braut und ich glaube wahrscheinlich sogar nichts zu der Freude gegenüber dem wie sich unser Herr Jesus freut freuen wird an diesem Tag Lass uns mal ins Evangelium gehen ins Johannes Evangelium Ist es nicht interessant Johannes spricht von dem ersten Zeichen das er getan hat das erste Zeichen wofür dafür dass er der Christus ist der König der Nachkomme Davids dass er gekommen ist zu seinem Volk das erste Zeichen dass die Königsherrschaft Gottes nahe ist Johannes 2 Vers 1 und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Cana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen wie schön Jesus ist auch auf Hochzeiten gegangen wenn du schon mal auf eine Hochzeit eingeladen bist Jesus ging es auch so er ist auch mal eingeladen worden mit seinen Jüngern und wie gesagt Gott schreibt Geschichte und Jesus wusste dieser Tag diese Hochzeit das ist der Tag wo ich anfange meine Geschichte zu schreiben das ist der Tag wo ich das erste Zeichen tun werde eine Hochzeit eine Hochzeit Wir werden auch sehen warum Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen und als es an Wein mangelte spricht die Mutter Jesu zu ihm sie haben keinen Wein Jesus spricht zu ihr was habe ich mit dir zu schaffen Frau meine Stunde ist noch nicht gekommen seine Mutter spricht zu den Dienern was er euch sagen mag tut es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden wovon jeder zwei oder drei Maß fasste Jesus spricht zu ihnen füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte das Wein geworden war und wusste nicht woher der Wein war die Diener aber die das Wasser geschöpft hatten wussten es ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind dann den geringen du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt ist aber merkwürdig diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Cana in Galiläa seine Jünger glaubten an ihn aus dieser Geschichte ist schon so viel gemacht worden und auch manchmal falsche Sachen gemacht worden ich will gar nicht hier auf alle Einzelheiten eingehen aber worum es hier geht ist das Wein als Symbol der Freude dieser Schönheit dieses Reichtums dieses Genuss dasteht und dieser menschliche Hochzeit wisst ihr dieser menschlichen Hochzeit geht die Freude aus manchmal ist das auch so unsere Hochzeiten können sehr schön sein wir haben ganz wunderbare fröhliche herrliche schöne Hochzeiten gefeiert hier in der Gemeinde aber es gibt auch so manche Hochzeit wo das nicht so ist wo schon der Tod im Topf ist wo ganz schnell die Freude ausgeht ja es gibt eine Menge Hochzeiten in der Geschichte der Menschheit die in Schlägereien geendet sind oder ich kenne persönlich nicht solcher eine Hochzeit ich bin Gott dankbar dafür aber ich weiß davon Hochzeiten die schon mit dem ersten Ehebruch geendet haben Menschen sind zu allem fähig und sie können die schönsten Geschenke Gottes pervertieren ins Gegenteil verkehren aber Jesus kommt zu dieser Hochzeit wo die Freude ausgeht und was macht er er bringt die Freude wieder hinein er rettet die Hochzeit und zwar auf eine Weise die sozusagen wiederum das das Ganze noch mal wieder ihr Gegenteil verkehrt also statt dass er jetzt noch mal ein bisschen Nachschub an Wein macht diesen billigen Fusel irgendwie so macht er den Besten das was am besten ist was am leckersten ist er bringt Freude und das ist das erste Zeichen was er hier setzt die Hochzeit bis er spricht dann auch schon relativ am Anfang seines Dienstes davon dass er der Bräutigam ist und nicht nur er sondern auch sein Vorläufer sein Vorbote der Johannes wir lesen das in Johannes 3 Vers 29 beziehungsweise 28 Johannes spricht mit Leuten die ihm die mit ihm reden darüber dass alle Leute jetzt zu Jesus hin rennen Johannes war ein großer Prophet in Israel viele Menschen waren zu ihm gekommen und jetzt fangen die Leute aber an zu Jesus zu gehen seine eigenen Leute die die bei ihm waren die wandern ab zu Jesus immer ein großes Problem oder wenn du ein Mensch bist der vorangeht und der eine Gruppe von Menschen begeistert für eine Sache und plötzlich fangen dir an die Leute wegzulaufen und laufen einem anderen hinterher das kann schon ganz schön wehtun nicht so Johannes er hat einen geistlichen Charakter er wusste ganz genau wer Jesus ist und deswegen freute er sich so sagt er es hier er sagt Vers 28 in Kapitel 3 von Johannes ihr selbst gebt mir Zeugnis dass ich sagte ich bin nicht der Christus oh hätten wir nicht noch mehr Männer die das sagen würden ich bin es nicht folgt nicht mir nach sondern folgt Jesus nach ich bin nicht der Christus sondern ich bin vor ihm her gesandt der die braut hat ist der bräutigam der freund des bräutigams aber der da steht und ihn hört ist hocher die meine freude ist erfüllt er ist wie Johannes hat es ist wie es fühlt sich an wie eine hochzeit und der bräutigam ist endlich da und die braut ist bei ihm da kann ich mich nur freuen mein und da freue ich mich einfach nur es geht nicht um mich sagt Johannes es geht um Jesus und um seine braut ich kann da ganz entspannt zurücktreten er muss wachsen ich aber abnehmen kurz und knapp wie gesagt Jesus sagt das auch in Markus 2 Vers 19 Jesus sprach zu ihnen es geht um die Diskussion ums Fasten können etwa die Hochzeitsgäste fasten während der Bräutigam bei ihnen ist solange sie den Bräutigam bei sich haben können sie nicht fasten es werden aber Tage kommen da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann an jenem Tag werden sie fasten entschuldige bitte er spricht von sich selber als dem Bräutigam der da ist und weil er da ist ist Freude da aber wenn er nicht mehr da sein wird dann wird Trauer sein und das ist die Situation da haben wir auch schon drüber gesprochen über diese Situation als wir die Verse gelesen haben wo die Frau ihren Mann sucht und nicht finden kann diese Sehnsucht bei ihm zu sein ihn bei sich zu haben und dann wie die Jünger das erlebt haben und die Jüngerinnen als er am Kreuz gestorben ist und nicht mehr da war und plötzlich alles weggebrochen ist plötzlich alles verloren schien und dann die große Freude der Auferstehung und jetzt leben wir sozusagen in beidem wir leben einerseits darin dass unser Herr uns nahe ist in seinem Geist durch seinen Geist ist Jesus selbst ist Christus selbst lebt in mir die Vereinigung sozusagen die stattfinden soll in der Hochzeit sie hat schon im Geist begonnen wer dem Herrn anhängt ist ein Geist mit ihm und doch gibt es eine große Sehnsucht immer noch weil er doch leiblich nicht da ist unser Herr und deswegen ist die Sehnsucht da deswegen ist auch gleichzeitig Freude und Trauer da die Freude darüber dass er uns durch deinen Heiligen Geist ganz nah ist die Trauer darüber dass wir ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht sehen die die Freude darüber dass er sein Reich schon begonnen hat in unseren Herzen in unserer Mitte die Trauer darüber dass er noch nicht als König regiert über diese Welt dass weiterhin Ungerechtigkeit geschieht falsche Christusse sich aufschwingen und mit Gewalt ihre Macht ausüben Freude wie gesagt ist eine Frucht des Heiligen Geistes wenn wir keine Freude haben Geschwister Jesus möchte sie uns schenken möchte zu uns kommen und uns durch die Nähe durch seine Nähe durch seinen Heiligen Geist Freude schenken Freude heißt nicht dass ich die ganze Zeit lachen muss aber Freude heißt dass ich die Dinge sehe dass ich die Dinge schmecke die Gott schenkt Freude hat auch ganz viel mit Dankbarkeit zu tun Geschwister dass ich Augen offene Augen habe für die Schönheit die Gott jetzt schenkt in mein Leben und zwar kann es sein durch die Schönheit der Schöpfung wir erleben das doch gerade der Frühling alles bricht auf alles blüht wir haben so einen herrlich blühenden Apfelbaum in unserem Garten stehen und ja irgendwie denken wir natürlich oh nein weil wir denken an den Herbst und die vielen Äpfel die dann dran hängen und die Äpfel sind schlecht Mist so dann kannst du da sitzen diesen herrlich blühenden schönen Apfelbaum betrachten und gleichzeitig total grießcremig sein kannst du es aber auch lassen und sagen okay das kommt später lass uns doch jetzt das genießen was da ist und uns erfreuen an der Schönheit alles zu seiner Zeit es gibt eine Zeit des Leidens und es gibt eine Zeit der Freude lass uns doch die Zeit der Freude nicht von der Zeit des Leidens die davor war oder die später kommt total vermiesen lassen Jesus wusste dass er durch diese Welt hindurch geht und leiden wird die ganze Zeit über und dann ganz heftig am Schluss in Jerusalem aber was hat er gesagt ich habe mich so gefreut mit euch hier das Passamahl zu feiern obwohl er so darunter gelitten hat wisst ihr gleichzeitig gelitten hat darunter zu wissen einer von diesen Jungs wird mich verraten die werden mich alle im Stich lassen mein treuer Kumpel Petrus wird mich dreimal verleugnen und trotzdem sagt er ich habe mich so gefreut mit euch dieses Passamahl er konnte sich freuen und genießen das Gute was Gott gibt den guten Moment sich darin stärken für die schweren Momente die noch kommen werden er wusste dass sie kommen hat das nicht verdrängt hat nicht gehofft naja das wird schon nicht so schlimm werden lass uns mal jetzt viel Spaß haben er wusste dass es kommt ist nicht verdrängung Geschwister aber alles hat seine Zeit und sich freuen hat auch seine Zeit und so freut er sich er bringt Freude er bringt Freude in dein Leben jetzt in dieser Zeit des Leidens durch den Heiligen Geist seine Frucht des Heiligen Geistes suche öffne dein Herz für seine Gegenwart er möchte dich reinigen und in dich hineinkommen er möchte deine Sünde hinweg nehmen und in dich hineinkommen sodass du den Heiligen Geist empfängst und die Frucht der Freude in deinem Leben wächst es steht an einer Stelle dass Jesus jubelte es ist die einzige Stelle wo gesagt wird dass Jesus jubelte also eine laute Freude interessanterweise steht da er jubelte im Heiligen Geist es ist nicht der Jubel des Sieges unsere Schalke Freunde hier gestern Aufstieg geschafft die jubeln wie die Wahnsinnigen die gehen richtig Deutsche Deutsche wisst ihr Deutsche Deutsche könnt jubeln dann müsst ihr mal da ins Stadion gehen zur richtigen Zeit natürlich bei 96 könnt ihr das jetzt gerade nicht erleben aber aber auf Schalke gestern so ein unbändiger Jubel Deutsche können das im Heiligen Geist ist nochmal was anderes im Heiligen Geist zu jubeln heißt dass der Jubel nicht aus meinem Fleisch herauskommt dieser Jubel den die Fußballfreaks da drauf haben erstens hat das oft mit übermäßigem Alkoholgenuss zu tun zweitens hat das oft zu tun mit ja diesem Gefühl der Macht und der Stärke ich wir also ich und mein Verein wir wir sind Meister oder wir haben es geschafft sozusagen wir sind siegreich gewesen so aber wisst ihr dass der Jubel mit dem Jesus jubelt ist dieser Jubel im Heiligen Geist das Reich Gottes hat begonnen es hat angefangen Heilung Befreiung Erneuerung neues Leben neue Lebensausrichtung Geschwister lasst uns eine neue Begeisterung darin finden in dem was der Heilige Geist in unserem eigenen Leben tut und in dem Leben unserer Geschwister das ist die Freude mit der wir uns freuen sollen wo wir uns dran erfreuen können die Zeit ist um nein oh Jesus was mache ich na gut okay dann muss ich das jetzt machen dann gibt es nächste Woche noch mehr Hochzeit ja das ist Jubel Jesus wir danken dir für deine Gnade und Güte und Barmherzigkeit dass du gekommen bist um Freude uns zu bringen der Freuden Geber danke dass du voller Freude warst über das was du in diese Welt hineinbringst die Liebe die Gnade und Barmherzigkeit Vergebung neues Leben ja dass der Tod überwunden wird dass die Sünde überwunden wird dass die Trennung von Gott überwunden wird dass die Hochzeit vorbereitet wird dass du dir eine Braut bereitest ach Jesus wir danken dir für diese Perspektive auf das Leben die wir haben dürfen und bitte erfülle du uns mit dieser Freude mittendrin im Leiden dass wir ja aufschauen zu dir schenk du uns offene Augen für die Schönheit für die Herrlichkeit die du uns jetzt schon geschenkt hast durch deinen Geist hilf du uns Herr Amen Amen